Und darum bekommt er dich nicht aus dem Kopf, weil auch wenn er stolz ist und nicht immer ehrlich zu dir war und sich selbst oft einredet, dass er nichts für dich empfindet, ist dem nicht so. Er empfindet definitiv noch etwas für dich. Da sind einfach Gefühle da, die sind tief im Inneren, werden teilweise aber auch verdrängt, aber man kann Gefühle nicht ewig verdrängen. Und du bist einfach in seinen Gedanken präsent, auch wenn er sich teilweise dagegen sträubt. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ihr hattet schöne Momente zusammen, zwischen euch lief nicht immer alles perfekt, da war nicht immer alles positiv, es ging auseinander, aber er kann nicht leugnen, dass das zwischen euch etwas ganz Besonderes war.